wir tun ja ich fahre joshih amiibo mit galere ich fahr donkey gong jetzt mach ich den smpa ja sagt in der sony laba ecke kommen dann ziehe ich ihn spurs angekommen jedenfalls jedenfalls ich habe ja diese ganze struktur gepostet und da war auch einer dabei so ein top 6 gegen rf und nizer erster wurde und da hieß der a weißt so ein autokennzeichnen halt und dann schreibt er darunter i remember destroying nizer nww once actually multiple times gegen so ein random wahrscheinlich boah schass diese random also kyoto scha ist es pur gut oder mittelmäßig ja ja ganz okay der hat ein paar wrs im time trial ja das ist aber nicht so gut wie wir 200 was sagt 200 200 wrs ja auch gut aber es hilft uns jetzt in 150 nicht unbedingt hat der nicht 150 macht den nieder der macht nur 200 tt und ich glaube badu stadium hat den top 10 eu aber bin mir sicher das ist auch leichter wert so bei 200 kyoto ist auch ausm call nice guckt jetzt ist ich glaube österreich hat ein tor kassiert kyoto leben ist das stört wir sind 12 ja da fehlen aber zwei leute im call ja moin die startet jetzt oh ja aber ja sollen wir ja habt ihr irgendwelche vorstellungen für das 10 jahre video du kannst ja den letzten angucken aber die meinten ich soll den song ändern weil die sind von genervt von dem ja was ne ne aber der wurde mir damals vorgeschlagen weil ich hatte keine musik drauf und dann wurde mir der song vorgeschlagen der hatte ultimating oder ich kann ihnen auch die mk8d rolle kurz geben wobei der ist in love das ist in love hi bonjour salut hi gz wir nehmen jetzt chip 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 oh kein chip chip clank k ah remove fahrst du nicht auch mal ein ob sie wie ja vom release von mk deluxe die war schon überall ja überall noch bei den ganzen bob clans gefühl danach war er bei oracles und die sind ja auch in mk8d nicht so gut ein ton am ende von die haben ja ein paar gute leute aber die waren ja auch schon alle weg wie zebe und so ja der ist nach hd gegangen die meisten sind ja rausgegangen weil liquid keinen switch hat der die hat sich ja eine in österreich die hat sich ja eine in österreich die ist ja sogar im jahr ja ich bin gefühlt noch eins wenn sie in die 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 1 auf mich mit dem wald warum kann er mich hin werden ob er zur weg alle karten und aufgrund nach und ab und ab und auf Prozent wo ich kann ich hab Schock ich hab Schock ich hab schon hätten also ich habe jetzt wir haben auch nicht mehr und nur bei dem Monat oder anfangs mehr haben wir lassen wenn ihr wenn jetzt kraft sie wollte lassen auch wieder machen konnte er okay macht jetzt wird 3 jetzt muss er noch so jetzt wird er gefickt jetzt wird er gefickt 5 6 was ein Hurensohn er hat dich klein gefickt oder was ja so als Mini habe ich gesehen hat er dich getroffen top 4 gerade ich glaube mein Vater ich glaube mein Vater kommt gleich ja schreiben das leiser 3 ich hab dir geschwommen am Ende ja ich hab vier Schwums sorry wenn jeder dich trifft die Red oder was? ja da kam ne Red und ich hab geschwumt und dann hab ich wahrscheinlich Kyoto getroffen achso das hat dich so angehört als hättest du die Red geschossen ey ich hab die nicht geschossen aber ich hab vorher schon geschwumt und dann hab ich gesehen die Red kam und sie ist halt bad bad dann kannst du grüßen 4 6 7 es tut mir leid wenn ich dich rein gefahren hab Kyoto ja ne ist doch scheißegal ist doch scheißegal Olli Schatz wobei ne ich nehm nicht mal Luigi ich nehm mal jetzt eine Rolle das ist die Gleise das ist die Gleise das ist Outpost Glitschen gibt minus 50 Punkte das wäre schonmal miteinander klar machen können falls ihr euch noch nicht kennt vielleicht gefällt mir besser von donkey kong hat ja noch was hast gesagt warum das nicht ja aber waluigi haben die gegner will ich jetzt er war übrigens krieg ich bocken für den tag dann also ich mache dann das verein tag ist das geschenk komplett nein also keine ahnung ich könnte wahrscheinlich der frage ob es mir schenkt aber ich brauche es ja leistet für den tag um lasse ich zwei woche frügel vielleicht macht ja jemand die dennis wird dann kannst du auch mal gewinnen das ist ich bin ich bin ich bin drei ich gehe links auf Kornes bei der sich jedes Mal mit er ist mir er so ist Jürgen ist der Ort ich habe gleich auf 9 und als er im Bananen und von jetzt macht es nicht mehr auf doch brauche ich Top 3. Die haben Triple Greens auf... Atom Greens nach vorne. Ich die... Blue Shell... Buhu, Buhu? Ich weiß nicht. Ich mach mal. Ich hab's mir leid, wenn ich das bin. Ich hatte Single-Banane. GG. Ich bin jetzt Cut und Stern. Ich hab's aufgeregt. Ja, ich hab's mal aufgeregt. Ich ziegle euch den Karten mit einem Schlub. Die Random Green. Von den WC Holländer. Boah, der kommt nicht in den Kühlen. Der WC Holländer hat mich gegrüßt. Fliegend nach Holländer. Die haben Triple Reds auf 2. Mann, der fährt zu slow, der war Lüge. Ich kann nix machen. Ich hab drei Schlubs. Der wird's top 3. Okay. Auch die Raining Greens. Ich hab die Blue, gell? Ich bin eins, ich bin eins. Nichts mehr. GG, 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 GG. Ich muss erst den Goldi durchspammen. Jetzt hab ich geschossen. Ich bin sogar drei jetzt. Ciao, du Bastard. Die schon wieder ein Triple Reds hinter mir haben, ja. Wie voll ich last wäre. Ich hab jetzt kein Item mehr. Ich hab jetzt kein Item mehr. Oh, auf elf Triple Shrooms. Vielleicht werde ich ja vorletzt an die Fenster. Der hat den, der rosa Kostüm. Ich bin auch nur neun geworden, ich hab kein Last Item gekriegt. Ich hab jetzt schon mehr, ich hab jetzt schon mehr Punkte als in manch anderen Rennen, ja. Also das schon traurig genug. Ich glaub, ich bleib doch bei Metal Mario oder bei Gold. Ich glaub, ich bleib doch bei Card. Die sind mir zu dick, als war ich da zu oft getroffen. Rmc? Ja. 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 Ja, ich... Ich nehm auch mal Metal Mario, damit die auch schon nicht einwandeln ist. Was für ne Strecke? Gut, ich fahre aber grad mit Mii. Ah, das ist auch okay. Was für ne Strecke? Rmc. Geh wir mal weg. Bist du. Ja, geht. Wie ich schon sehen kann. Mii könnte ich auch mal wieder fahren, weil es ja noch dicker. Es geht eigentlich nicht. Mit Mii hab ich kein Problem. Der ist ja noch dicker. Ich muss sagen... Auch wenn ich mit Card... Ich hab mit nem Card keine Lines. Score, aber anständige Punkte. Das soll mir zum Denken geben. Das ist schon traurig. GmbW fahren wir Sonntag, wisst ihr das? Champion, woher noch? Scheinbar wieder gestärkt mit... Linkos. Vernünftigen L.U. zumindest. Nicht das, was die letzten Monat gegen uns ein paar Mal hatten. Aber... der Trotz aus dem Schlag war es noch nicht. Die suchten das ja nicht mehr so wie man kam. Das ist ja auch nicht mehr alle da. Ja, Darkus weg von denen zu Salus. Neos. 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 So... Neos. Neos. In scarlet Ayan. dritter mit dem Stern wer ist ein erster? ich ja, da haben wir Top 5 oder Top 6 genau ja, hol mal einen Schock, ich hab einen Stern auf 3 das ist schwach, Robin kann man echt nicht anders sagen, ist einfach schwach schlechter Bagger da war der nur besser äh, Kevin, I'm chaining my star next set das macht Stern an auf die dünnige Gäste Activate das ich will keinen Guru anmachen, nicht, dass ich mir noch mein Schroom-Klaubenchen cut ziehen möchte ich möchte mich ja für mein gutes Rennen belohnen auf Elektro-Drum ja, das war der Run das war echt ja nur wrong, ne ich bin auch noch verdient 5 Daewon, nachdem ich eben noch letzter ich bin unverdient, er ist geworden komm, jetzt möchte ich mich auch mal für das Rennen belohnen hier wie viel steht's bei Österreich? 0 zu 7? ne, die haben ja auch ein Tor geschossen 1 1 aber noch 1 zu 1 ich fahr jetzt auch mal ein B welchen nehm ich? 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 Was ist das Beste? Pac-Man Samus Samus fahr ich, weil Metroid rausgekommen ist Ja, ich nehm auch Samus So wie ist das Beste? Das Kostüm kommt erst in MK9 rein Was wollt ihr? Er will irgendeine Spielstrecke Cheap Team Wann kommt die überhaupt ein DLC oder so? Gar nicht Gar nicht, vergiss es, die machen doch nichts mehr Ich hoffe, die arbeiten schon an MK9 Das hoffe ich Und dass das nächstes Jahr rauskommt Oder nächstes Jahr spätestens Weil das heißt, wenn sie jetzt noch in den DLC arbeiten Dann wird nur MK9 immer später kommen Das hoffe ich Weil sie Leute, die denken, es gibt noch einen MK9 für die Switch Ihr macht euch noch Hoffnung Naja Wir wissen ja, wenn Nintendo wieder floppt Dann gibt's schon bald die Nachfolgerkonsole in zwei Jahren Doch ist die Switch kein totaler Erfolg Aber er verhofft sich besser als... Ja, schon besser als Wii U Oh, jetzt muss ich gegen, glaube ich hab Nasenbluten Boah Ich will ja mit ihm ausgehen Danke Apex ist in die Wand gefahren und sagt, dass er nachdenkt Hey, mein Controller ist voller Blut Oh Mach Video, Video Mach Handy Discord hat jetzt Video Chat, mach an Ah Brauchen wir Taschentücher Ich hab ein DC Du darfst kein DC kriegen, ach Apex Oh Zum Glück ist er kein Host Alter, Alter, Alter So viel Staub in der Kappe Hey, vielleicht hab ich schon ein heißes Mädchen gesehen mit Nasenbluten Hehehe Das ist doch so, wo wir sehen Ich den Anni nehmen Der Wetteticht Äh Ah, was wird das denn? Ich wär safe 1 geworden Jaja Habt der Triko auch gesagt, boah ich wird gelackt Ich bin, ich bin 1, ich bin 1 Ich bin 3 Wie lang hebt denn die scheiß Obdicke hoch im Flanchen? Stern von 10 Ich bin 5 Ja Wollte grad fragen, aber das ist ja sehr gut Scheiße Ich fahr in der Kurve jetzt Ich fahr in der Kurve jetzt Was ein Huren Kevin Stern von 10 Sorry Stern auf 8 Was macht der Typ? Der Triffel Ich mach jetzt mal einen Stern an Stern auf 7 Stern von 7 Schwung noch ein bisschen Schwung Schwung Die scheißfotze, Alter Da hast du dich erwischt aus Kyoto Da haben wir noch 2 gewonnen Der hat auf 1 gefehlt Apex, dein Bot ist letzter Ist doch frech Er ist immer noch voller Blut Ich brauch weitere Taschentücher 31, ich mach mal ein Foto Wir brauchen Taschentücher in die Nase stopfen Nee Ich schreib schon mal in MK8D Wir brauchen Sub Apex hat Nasenbluten Das ist ne ernste Sache Das ist ne ernste Besondere Wünsche Wer ist eins? Ich hab's geschätzt Wir gucken ob sich jemand melden Wir brauchen Sub Wenn sich jemand melden sagen wir brauchen Geht doch wieder Ich werde weiter Mit Künigliche Rennpeste NICE Wer schreibt DENUS Noch mal Aber wir wählen Königliche Rennpeste Jetzt Ja Baby, what's your favorite track? Geh nicht gleich hier rein, bitte. Nein, meine Hose! Das ist mein einziges Dienst! Hey, wäre noch witziger, jetzt hast du deine Tage. Wäre noch witziger, wenn du meine Klamotten an hättest. Ja, wenn das dein einziges Problem ist. Ah, ich wollte. Was hatten wir eigentlich für Spots? 1, 3, 4 oder sowas? Ja, 1, 3, 4. Boah. Die scheiß Triple-Banner, ne? Sorry, Geiz. Ey, die mit dem Blue Falcon kann nicht mal geradeaus fahren. Falcon, der ist doch gar nicht im Beinland drin. Blue Falcon. Ach so! Falcon kann aber auch nicht geradeaus fahren. Nein, ich dachte, das macht nicht. Ist ja ein großen Cut. Was? Ich würd's gern Cut, ich hätte noch kein einziges Item so. Ah, ich hab, ich hab Drupel-Bananen jetzt. Achtung, sehe ich weggelegt. Rote Cut. 0. 2. Pienste. Ja. Ey, ich hab die Bananen nach vorn geworfen, aber die sind einfach... Jetzt wird so ein krasser Snipe. Alter, der war krass. Der war krass. Der war ein bisschen. 5. 4. 5. 5. 5. 5. er auch gut läuft man gerade in die Speiseröhre Baaah der Brei hast du uns krass die Bombe Alter, es war so knapp die Bombe ich weiß nicht, der explodiert alles krass dem Get Crazy ich hab nur ne Firefly auf 6 wow was macht der von Wilds fest? Jolo Allah Bar! Ich hab ihn! Allah Bar, ich hab ihn getroffen Wieso hat der einen still? ja, weiß ich nicht die guten alten Zack Goldi, Goldi, zieh nein, zieh mir genau die Bombe hat mich voll gehittet mit die Queen und dann die Bombe hä, dieser was ist das denn? warum fährt ein Biest für die? ich dachte der ist bei Salus oder so Andy, Andy die haben ja kein Zuwege gefunden ach so stimmt er ist mir ein richtiges Biest Alter, alles voller Blut oh mein Gott ich bin ein Metall Mario Königliche Rennpiste We Choose Königliche Rennpiste ich ne Malche mit dem Iron Circuit We Choose High World Piste mit dem Pro Controller ob er aus dem Arsch blutet erzähl uns nicht mal so private Details über dich hast du grad gesagt du steckst dir den Pro Controller in den Arsch bis dein Arsch blutet? nein hab ich so verstanden Kyoto, das ist live on streamen weißt du ja, Robin streamt das alles ja das ist natürlich klar deswegen geht auch an deine Eltern, die haben mich abonniert deswegen ist das ja gut die haben mich abonniert grüß dich grüß dich moin moin ich wollt grad sagen grüß dich Mama du Protz grüß dich das wäre so witzig wenn die Mama echt zugucken würde von dir und da kommt sie rein und was hast du gesagt? wer macht denn auch mal Witze während des Team ist? Nizer hat sofort gesagt, das wird sofort unterlassen das wird sofort ausgemacht die Witze wird sofort ausgemacht die Witze wird sofort ausgemacht ich glaub Nizer wird in meine Klasse kaputt gehen wie Lehrer du fährt ich kann ihn runterwarden ja, ich lass dich vorbei der hat ja noch ne Banane gekämpft, der Schlingel der hat ja noch ne Banane gekämpft, der Schlingel ich schwöre ich CT CT nicht zu slow aber genau eins der nur Wett gezogen ist da minus 7 oh, die Runde du musst alle Aqua streiten ich... ich chain wenn ich die Zettbewerden die Zettbewerden die Zettbewerden Kevin raucht Gras, hab ich gehört ist ja auch erlaubt in Deutschland aber ich warte ein Stern dann auf 9 Stern auf 9 Stern auf 9 ich fahr rechts Robin, ganz recht boah, ich fahr links äh, gleich die Zettbewerden äh, gleich die Zettbewerden die eine Fotze zieht den Cut gut, das ist in 3 also noch ein paar bei Trifball von Stern an der hat noch mal den Huren so nicht fix eine tote Mutter die scheiß Fotze so gut gut oh, Gott, verprägt ich du Junge, was, ich hab' eh wie auch hier Achtung, Achtung, der ist noch eine Bombe auf 1, glaube ich Ja, Alain, war Scheiß Franzosen Ich hab' den nochmal getroffen wer ist noch dreinend im Buch gerade, ist sie ja, das ist ja ja Ich halte meine Green mal draußen, ich weiß nicht, was ich mir sagen Ähm, Achtung, ich backspam an der Line, okay, die Green Pass auf die Blue, aber Ja, ich hab ein Horn, ich hab ein Horn Ey, wer hatte den Boohoo, wer hat den Boohoo, ich fick seine Mutter, Alter, ich fick einfach seine Mutter Boah, die Scheiß, Blue Shire hat mich getroffen Alter, die Boohoo, du hattest da noch eine Rater Marge und ich wurde dann getradet, den Fortschritt RIP my score, RIP Die Gegner sind so scheiße Die sind so schlecht Irgendwie hab ich mal Bock gegen so DB1 oder so Naja, werden wir wahrscheinlich im Turnier noch, denk ich Wenn wir ins erste Bracket kommen, auf jeden Fall, äh, was hatten wir für Spots? Ich hab die 6-7 Ich war alles gar nicht Ich war letzter Street, Street, Canyon Das kann man bei jedem Spot ficken Nein, du musst das so wie Du musst das so wie MW sagen Ssssss Wie bitte? Wer hatte noch Umo Meadows oder was hat er genommen? Keine Ahnung, ja Wer hatte Sweet Sweet Canyon, irgendjemand Ich hatte das Ich hatte das Ähm, naja Sweet Sweet Canyon Kimo so Big Blue, Big Blue Das Große Ne, Felken, Felken war Big Blue Kimo, Kimo war doch, ähm, die Königste Ich möchte jetzt gerne, dass Patrico diese Strecke für mich fährt Yes, ich fahr Rosalina jetzt Dann sehen wir einmal das Patrico Lied, damit wir uns einschwören In der Patrico Bäckerei Gibt es manche Bäckerei Zwischen Mädels mich und Hans ist mich Und zwischen Fisch und 935 Gibt es manche Bäckerei Nein Patricos Fisch Patrico Auf, ähm, auf, auf meinem Weg zur Uni fahr ich immer an der Sarai Bäckerei vorbei Da muss ich immer nichts mehr von Bäckerei Seit wann hast du Uni? Seit dieser Woche Aber das ist gesagt halt jetzt schon Ich bin ja jeden Tag von 7 bis, oder von 8 bis, äh, 18 Uhr Äh Von Uni hört man sagen, die Leute gehen eh nicht hin Ich hab gedacht, Uni wär so chillig, also Ja, das ist jetzt halt auch der Anfang Also am Anfang hatte ich heute erstmal richtig viel Denn danach muss ich mal gucken Er kann nicht im Buch Wo kommt die Bombe her auf 12, Mann? Kann ich die Ruhe auf 12 anmachen? Ja, na Die sind eins, der lag die übel Ich hab ihn! Oh, der Haller auch war, Schockloch! Scheiße Ich hab ihn! Ich glaub der IS wird nicht fragen, ob ich joinen will Yes, gibt's aber nicht mehr infekten, es gibt Doch, auf Visa Boards, Robin Nein! Visa Boards gibt's die noch? Ja, da hat ein Fake noch mitgemacht, liebe, ne Visa Boards, würde ich gerne Das war früher so richtig krasser MkW-Klau, liebe Ja, ich weiß Ich weiß Äh, ich mach gleich einen Stern und hinter dir, Olli, Achtung, dass sie den Karteffs aufbinden Was? Oh, bin ich denn auf 3? Auf eurem Stern? Der Bruder, Alty, ey Der Bruder, Alty, ey Ich hab einen, einen Stern, ne Stern, C Der Bruder, mal rein Als ob ich gewendet werde Ey, guck da schon diesen Fun-Runner an, das sagt schon alles über diesen Über das Team Man, wer ist denn da ein gutes Doppel-Item? Ist doch Cancer Der hat Feuerbruder, der Ficker Der Ficker Der Patrico Der Guraler Patrico Und der Das war er, das war nicht ich Das war er mit dem Backs, ne? Ich hab's aber leicht gesehen, wie Kyoto nochmal getroffen wurde von ihm Warum Backspam? Was wäre denn ungefähr, dass der O gegen Cepi? Ich wollte den Graben der Green schneiden und der Backspam einen Green und die Green von ihm trifft Kyoto Wie kann man denn so unnötig sein, wenn... Ja, er ist auch noch so inkompetent und wollte mich treffen, aber trifft dich So inkompetent Äh, Cepi, Cepi, Kevin, was wollt ihr? Von Track? Ah, ne, egal Hatten wir schon König dich der reinkriegt? Ja Ja, ja Ah, dann nehme ich RWS Ne, das will ich nicht Doch Was fragst du denn überhaupt? Was willst du? Ne Ne, ich hätte alles gewählt außer RWS, das will ich nicht RWS ist gut RWS ist scheiße Jedes Mal, wenn ich auf 1 starte, werde ich in der ersten Kurve weggebumpen und bin auf einmal 9 Ohne dass ich irgendwas falsch gemacht habe Wenn ich noch länger fahre, fahre ich in die Wand, aber... Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es Leute gibt, die gehen nicht für den Rift, sondern die fahren einfach nur gerade aus, um mich wegzubumpen von 1 Ja, so ist auch die Strait Was? Ja Die Strait ist alle auf Aplex hier, du Ja Die Strait ist an, nicht driften, einfach nur seien Ja Schön weg, bang GG ist ein Card-Competitiv Jetzt komme ich mit der Dry Bowser Den Bumsig-Card Sebi kennt noch nicht die RWS-Meta, die RWS-Meta ist dicker mit Cool-Card, Leo Ja Der war noch eine Red, okay, komm Die haben die RWS-Meta auch Ey, bitte nicht train, Robin Danke Wo bin ich train? Ey, war eben noch gegnert Ich hab den mit dem Animal Crossing Ding, was das auch lief immer Na hey, der Der mit Animal Crossing Ding Der hat eine Red Cup, von den hatte ich Angst, das gar nicht rausgeholt Der selber noch mehr holt Das ist A-Place Ach, das ist A-Place, ach so Null, aber ich fand... Zu mir, ich habe einen kleinen Teil von mir Ich hab den auch Ich habe den so color sensitive vào Und ich habe einen Punkt Das ist ein bisschen Das ist ein bisschen Aber ich kann nicht Was weiß ich? Ich will die Green eigentlich runterwerfen. Ich fährst jetzt mal hier runter. Ich kann die dodge. Blue kommt! Ja, ich dodge sie. Nein, der Buhu klaut mein Horn. Ich schick die Buhu. Ich schick die Buhu. Ich kann die Blut aus. Ich hab den Schubelbananen. Sie haben mich gerucht. Ich bin weg. Ich hab die einfach nur weggewogen von der Buhu. Der hat mich gestartet. Atom-Bananeform. Gib mir zu. Gib mir zu. Ich hab den Schubel. Ich hab den Feuerblumen davor. Ah, immer dieser Struggle. Stemm ich die jetzt durch und geh in mein Team, damit ich doch den Cut ziehen kann. Ja. Irgendein Metal Mario hat glaub ich dann DC, oder? Oder sagst du nur so aus? Nee, ich hatte Buhu gemacht. Ach so, hab ich schon gedacht. Ich hab einfach runden. Du hättest eine Sebi-Aktion machen müssen und Teen-Rapen. Ja. Schluss. Team Raid War. Wie lächerlich das Spiel da war. So, was wollt ihr? Ich nehm Sushi. Ice Ice Outpost. Ice Ice Outpost. Okay. Na, ich nehm mal... ...ne richtige Skillstrecke, die sonst... Oh, Robin! Fröhrenraserei ist richtig gut. Nein, ich hasse mich im Scheiß. Alles aus vom 3DS kommt, zackt. War vom 3DS bester Tag. Ja, das... Musik... Okay, na gut. Da gab's schon richtig coole Strecken. Besonders die Remakes. Sowas wie Daisy's Cruiser. Und ein DK Alpine vom DS oder so. Oder Calimari Desert. Aber die Sachen, die hier remaked wurden... Also... Die hatten gar nix. Die hatten gar nix. Ja. Nee, Shagelbusser. Shagelbusser. Shagelbusser auch, ey. Das ist auch nice. Aber nein, was haben die Remake-Music-Park? Ey, ich mein natürlich, was haben sie geportet? Das riecht doch ein Fanum, demnächst mit Aplex. Im MKC-System. Sh 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 sh. Ja, ja. Aber du musst da 3 GPs die 6 immer schaffen. Das hat Patrico auch geschafft. Im Liga nicht. Das ist dreimal die 6. Neue, was Giant geschrieben hat. Giant meint, du bist erwachsen geworden, Aplex. Ja, ist aber schön. Ich möchte dich auch gerne von mir abgehaufen, dass ich erwachsen bin. Ja, ich bin erwachsen. Leider, copy ich. Hahaha! Hahaha! Oh! Gott ist feiert. Boah, jetzt hab ich Cut gefällt. Mach doch mal schlechte Witze. Nein, das die sind. Wenn man schlechte Witze macht, fährt man schlecht. Ja. Instant meint. Oh, da hast du Kyoto auch noch. Ja. Ja, deshalb bin ich ja überein, wenn ich über die Witze bin. Ja, weil du sind halt so witzig als du bist. Ja. Ja. Der macht genauso die guten Witze wie Fritze. Der gut, alle Fritze. Hahaha. Fritze. Was? Ja, Fritze. Was ist das? Der gut, alle Fritze. Der gut, alle Fritze. Die sind die Kyoto, die sind 2, 3, 4. Ja, ist ja blöscherlich, Alter. Der gute, alle Fritze. Ja, sag, wenn ich brüche schließe. Achtung, der hat noch feuer Blume auf. Kann schießen, kann schießen. Der gute, alle Fritze, die sind so fängig. Nee, die ficken mich, Alter. Ich mach so gute Witze wie der gute, alte Fritze. Die große Fritze. Nein. Alter, ich wär fast im Cut, wo wäre doch gut geworden. Der macht aber immer noch, der hat immer noch top alles. Warum das denn? Ja. Sehr gut, alle Fritze. Ich darf die gelben Weg ausweichen, weil der Bandanen lag. Ey, guck mal, die Fotze ist auf 1, die kann ich mal geradeaus. Haha. So wie Faken? Das war der Blue-Faken, nicht der gute alte Faken. Ja, aber alle Reds haben sie auf 3 und 4. Ja, ich bin auf 1, aber die sollen mal ihre Red drin lassen. Nee, ich zieh ne Coin! Wenn jetzt ne Red kommt. Warte, ich hab ihn gewettet. Und kann die andere noch blocken. Wobei, die kommt gar nicht auf. Wat? Wo ist meine Banane hin? Nein! Warum könnte ich denn den 11 statt 2? Robin, Robin, kein Problem. Du hast für mich geblockt, weil sie selbst zu schwätzen. Ja, ich glaub, die haben 2 Wets geschossen. Die eine, oder irgendwas haben die noch geschossen, damit wir die Banane wegmachen. Wegebracht. Ja, das ist so ein Scheiße weh. Ach was. Also, trotz DC hab ich ihn, glaub ich, grad mal höchste Score, den ich jemals hatte. Ja, und ich hab die Garte gefickt am Ende. Ich nehme W37, DHC. Was bitte? Hyrule Circuit. Oh nein, Österreich hat gewonnen. Wer hat das Tor gemacht? Wöber? Am Ende? 3, 3, 2, was? Was ist denn hier 15 Minuten da passiert? Das war immer so, wenn du abschaltest. Max Wöber hat noch einen Elfmeter verursacht. Und verschossen in der Nachspielzeit. Ich guck gleich nach dem, nach dem zu mir nach. Ich glaub, Max hat echt Tor geschlossen, Leute. Stopp. Ja, keine Ahnung. Eigentor, oder was? Österreich gewinnt 3 zu 2. Die Tore haben Burgstaller, Arnautovic und Arnautovic. So. Nein, das ist keine falschen Hoffnung hier machen. Und wer, wer wer für Serbien, hat Wöber ein Eigentor gemacht? Nein, hat dann nicht. Martin hat schon noch getroffen. Warum ist die Pieckstrei? Ja, ich finde sie nicht so spiel. Weil die Ficker nicht gefickt haben. Nein, weil die Täter wohnen. So Leute, jetzt prepare fordert. Was? Ich wollte Frontrunner, da hab ich wirklich in den Baum gebombt. Ich bin die Ficker. Das ist wie bei Vario's Day. Hä? Was ist das? Wer jemand einen Scale hat, kann man Karpfen auch. Die schießen alle weit. Ey, ich schwör, ich muss mit 10. Keiner als der Seite kommt recht. Ich muss unbedingt mit Karpeln spielen, das Karpeln. Der ist easy. Das war jetzt der Wahl durch die Wand gefahren. Oh, B. Die drei Schwungs verpfiffen hatten. Und der hat noch eine Green interviewiert. Meine Schwungs, man werden Bogen angesellt. Das hat sich auf RBS, da hat jemand. Your Beast frisst das. Das ist neu. Der hat die Greenback-Bot, weil ich treffelte Mulde. Der gute alte Flüge. Der gute alte Flüge. Der gute alte Flüge. 2 in 6 ans anspruchs 1 ich bin ich habe 2 ich hätte die wenigen sollte sich wieder auf mich ja auch nicht nur ja mach mal auch die menschen ja ich werde ich noch mal es hier ich bin aus dem Buch und so eine fixe und sie sind ein Mann machen ich bin ein ich bleibe das war das denn ja ich bin nicht mehr ich hängen und ich kann nicht mehr weg mit dem Kopf oder mit dem Eiliger Ja, ich hab'n Snipe. Boah, von der Green, bitte mach' die weg, mach' die weg, Klampe! Nein, okay, der Schock. Schock-Dodge. Ja, keine Ahnung, ich hab' so scheiße den Cut genommen, war da richtig kacke. Und dann warst du plötzlich hinter mir. Ich hab' mich auf einmal wie Draft gezogen und seh' was die Green draußen. Oh, die Z... Oh, die Z... Ohne Spaß gegen solche Leute macht CW kein Spaß. Ja, ich find's gut. Sorry, aber das macht immer noch mehr Spaß als gegen Zealous oder das... Ja, von gestern, die waren ja noch unsympathischer. Ja, die Szene ist so rip, ich versteh' das nicht. Warum spielen nur noch Noobs ohne Witz? Ich glaub' ich nehm als letzten Charakter nämlich noch Knochen trocken, damit der auf'n Endpick drauf ist. Es ist Endkartelübs, es ist sehr kenschenfreundlich. So, ich hab' jetzt nicht Knochen trocken. Deswegen sag' ich, finde ich ja lieber noch... Man kann nicht behaupten, ich hab' den ganzen CW lang Knochen trocken, ne? Mein MKW, ich bin Wiest. Sehr, ja. Ich will nur beton mit Knochen trocken, hab' ich das MW-Turnier gewonnen. Mit 200 CCM und G-Battle. Was? Ja. Und was hast du? Und was hast du? Warte mal, warte mal, hat er nicht... Hat er Leo nicht gewonnen? Nein, ich hab' gewonnen. Ich hab' Leo in Battle geschlagen. Jaaa. Obwohl, obwohl Leo 10k Battle-Vorwehr hat, oder? Leo wurde zweiter, glaub' ich, oder? Ne, dritter? Ne, zweiter. Der hatte... Der hatte Teil mit diesen Rob-Women-Cray. Was? Ich hab' dann One-on-One gemacht, da hat Leo gewonnen ganz hoch. In Battle. Ach, wir haben noch zwei Rennen? Ach, zwei haben das? Ja. Ist das das letzte? Warum bin ich jetzt schon Knochen trocken? Egal, Knochen trocken. Warum bin ich jetzt schon Knochen trocken? Ja, der ist gut. Kann man auch noch wechseln? Junge, Alter, der hat einen richtig krassen... richtig krass Handling. Ja, Baby Mark. Schießt du bei uns jetzt zuweiten, oder? Ich weiß nicht. Ne, dann wäre der Mario gebrochen. Wobei jetzt schalte ich. Hey, mit Knochen trocken fühle ich mich immer so klein, als würde ich dich überfahren nennen, wie nach einem Schock. Hehehehe. Warum nicht ein Red? Weil die Red trifft uns bei doch irgendwie. Ich hab' so gedacht, so ein Real-Life-Alter würdest du so überfahren. Starplay. Achso, du bist geschoben. Ich hab' nur gesehen. Kann ich ein Horn anmachen auf 9? Sorry, wenn ich da einen Cut getroffen hab. Das ist meine Trifte auch noch auf 9. Ich hab' nur noch einen Stern an. Ich reiche mir. Nie wieder falsch, knochen-trocken. So ein Cancer-Tal. Ja, danach nehmen wir Bibi, Daisy. Ja, okay, alle D. Ja, okay, alle D. Ich hab' nur D-E-S-1. Ich hab' Schock. 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 Ich bin im Stern, genau. Ah, 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 okay. Ja. Ich hab's mir noch überlegt, aber A-Plex kriegt zumindest kaum mehr das Item! Das war mein Doppel-Ite! Baby, Baby Luigi mit 3er Schumsein. Gibt's. Noll. Baby Luigi. Baby Luigi. Baby Luigi. Erstmal gedocht, scheißgald. Er hat Zeit. Last. Nein, der... Mann, der macht ne Pflanze an hinter mir, der ist so schnell! Doch scheißig! Baby Luigi auf 1. Baby Luigi zieht den Cut. Und ich darf den ersten. Baby Luigi. Back to date! Die Falle mit Trip-Bahn! Yes! Mann, ey! Doch! Ist doch scheiße! Ich bin 5 geworden. Ich bin zufrieden mit Knochen-Trocken. Mann, ey! Ich komm' aus... Ich komm' aus'n Cut rauf, und dann sind da auf einmal zwei Typen mit Triple Greens in der Luft, und die treffen mich, obwohl ich noch nicht mal bin. Mann, ey! Jörg! Welchen Charakter nimm, wenn wir nimm alle denselben? Sagt Arjan. Ja! Kevin, Kevin, change your character now! To... Was... 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 Nimm den Link? Link Link! 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 Wir sind heute... Wir sind im Zelda-Hype! Nächste Woche kommt der DLC, oder? Link! 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 Ja, Kevin... Kevin pickte... Pickte Zelda-Bike! Ähm... Oh... Oh, zu late! I had... No... Yeah, save! Ja, jetzt hab' ich nur die Twyforce-Reifen geschafft! Nicht mehr... Was für Link noch! Was für Link und Ippu, wie sieht denn aus? Wie sieht denn aus? Wie Neger! Wie sehe ich's denn? Der Kuh gemacht! Na, was denn? Wir sind der Hyrule-Klein, Kyoto! Oh nein, die nehmen die doch selbst nicht! Doch, haben die früher gemacht! Früher haben die das gemacht! Früher... Also, früher haben die Mii und, ähm... Link's'n Zyklen genommen! Ey, bei uns ist jemand geraged, bitte! Du, du, du... Du, du, du... Der Jure, Alter! Ich hab' jetzt die Twyforce-Reifen, sind die gut? Hä, was? Was ist denn euch los? Hier fällt ja gar keinem Zelda-Bike! Ich hab' nur die Twyforce-Reifen geschafft, hab' ich gesagt! Oh, Mann! Boah, die fühlen sich voll komisch an! Ich krieg' gar kein MT! Hä? Hä? Ich sag' mal, da kann man die Kurven ja gar nicht fahren! Was ist das denn? Irgendwie bin ich damit viel besser, aber der hinter mir hat ne Red... Ach, der macht immer dieses Twyforce beim Stunt! Ja! Das ist doch geil! Merk' ich schon, wenn wir das Link nie genommen haben! Oh, scheiße, nein! Richtig ungewohnt! Ich sag's euch, wenn ihr die auch mal nehmt, die Twyforce-Reifen sind schon scheiße! Link, Link hat irgendwas hier hinten Sets bestimmt! Die haben ne Blue Shell halten! Nein, wer glaubt mir schon wieder mal den Triple Shrooms, Mann! Das ist doch alles scheiße hier im Spiel! Ich hab' null Kreuz auf den Elfen! Der holt seine Teammates weg! Achso, ne, Leute, das ist das Ding! Aber wir haben schon gesagt! Blue Shell fliegt! Achso, der Link ist alles! Nee, nee, nee! Warum nimmt die Blue Shell denn den Cut? Besteh' das gar nicht! Egal, ich fäll's auch frei! Ich mach' mal Ruhr und ich bin eh... Nein! Nein! Mein Schüppel-Schubst, Robin! Das ist im 5. Mal in diesem Dreck zu rennen! Immer wenn ich Schüppel-Schubst habe! Ist doch scheiße! Da muss auch mal Ego sein! Ja! Auch der Link vor mir auf mit dem Schüppel... Mann, und da klappt mir ein anderer Linkes-Item! Ist doch alles scheiße! Guck, guck, guck! Er kennt... Mann, Knoto, deine Triple Greens! Mann, der klört mir doch mal was! Jetzt bin ich eins geworden! Knoto! Der packte seine Triple Greens aus! Mann, Mann, Mann! Mann, Mann! Ey, ist alle Scheiße auf der Strecke hier! Alles Scheiße! Ja, ich muss halt auch immer meine Sachen rausholen! Geile Panzer GG's Jesus Christ GG's, bye Bye, thanks for Ali Okay, tschüss Ciao Der wirkte nicht begeistert Nein, der ist immer so deprimiert Der ist immer so deprimiert Nein Ja